Erneuter heftiger Eklat bei Hard Aber Fair in der ARD-Talksendung. Grün-Chefin Ricarda Lang wird ordentlich vorgeführt und das quasi von jedem der anderen Beteiligten bei 5 Stühle eine Meinung. Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, gerne ein Abo dalassen. Ganz interessant ist die Situation dieser Sendung, denn wir gucken uns erstmal an, was war das Thema und wer waren denn die Gäste. Wir sehen das hier bei Hard Aber Fair und da ist dann zum Beispiel Ricarda Lang als Vorsitzende der Grünen. Dann haben wir hier die Serap Güler von der CDU. Dann sehen wir hier den Professor Dr. Stefan Kurz, Ökonom, Leiter des Prognosezentrums im Kieler Institut für Wirtschaft. Dann sehen wir noch die Anna Mayer als Journalistin von der Zeit und Autorin. Heinz Hilgers, Ehrenpräsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Hinweis, SPD, muss man dazu sagen. So, und das war es auch schon. Ich sehe jetzt nicht irgendwie jemanden von den Freien Wählern. Ich sehe nicht jemanden von der AfD und auch nicht von der CSU und auch nicht, gut ist natürlich indirekt vertreten durch die CDU. Aber wir sehen mal wieder, es geht in eine gewisse Richtung. Es wird wieder mal nicht wirklich jede Partei hier zu Wort gelassen, wie eine FDP beispielsweise auch nicht. Und es ist schon wieder mal bezeichnend, was sich hier auftut. Und wir wissen das, das hatte sich jetzt gerade gestern entschieden, dass die Kindergrundsicherung mit 2,4 Milliarden Euro, wie auch die Welt berichtet hier, abgesichert wird. Es war nun ja eigentlich dieses Veto, die Verhinderung von Lisa Paus, der Familienministerin hatte ja das Ziel, circa 12 Milliarden zu erzielen. Das Ganze hat nicht geklappt, hat nicht funktioniert. Ist ja auch logisch, es ist kein Geld da. Es ist nicht genug Geld da, sodass ja auch mittlerweile der Bundesrechnungshof hingeht. 29 Sondervermögen. Bundesrechnungshof rügt Lindners ausufernde Schuldentöpfe. Und irgendwo muss dieses Geld ja nun mal erwirtschaftet werden, irgendwo herkommen. Aber was macht man in Deutschland? Man geht hin und nimmt es von denjenigen, die sich dem Buckel wund arbeiten, die sich wirklich den Allerwertesten aufreißen und versuchen für sich und ihre Familie das Beste aus der schlechten Situation zu machen. Aber das sind halt die Gelackmärten, auf Deutsch gesagt, die immer weiter über den Tisch gezogen werden. Und das kann und wird lange so nicht weitergehen. Es kann einfach nicht funktionieren. Darüber sollte doch mittlerweile jedem die Augen geöffnet sein, dass das nicht funktionieren kann. In der Sendung war aber auch eine Mutter von zwei Kindern, eine alleinerziehende Mutter, die zeige ich euch jetzt gerne auch nochmal dazu. Das ist nämlich hier die Andrea Zinnert. Alleinerziehende Mutter und wegen einer schweren Erkrankung, eben Autoimmunerkrankung, nicht erwerbstätig. Vielleicht sogar nicht erwerbsfähig, würde ich behaupten. Das ist die nette Frau und diese Frau, ganz ehrlich, die gehört noch mehr unterstützt, als es aktuell schon der Fall ist. Dafür zahle ich gerne Steuern, dass solche Menschen, die alleinerziehend sind, die eine schwere Erkrankung haben, die nicht arbeitsfähig sind, die nicht arbeiten oder Erwerb vornehmen können, dass die unterstützt werden. Das ist für mich Sozialstaat. Aber es ist nicht für mich Sozialstaat, wenn es darauf hinausläuft, dass Leute dieses System ausnutzen, dass Leute dieses System überhaupt nutzen, die nicht einen einzigen Cent in ihrem Leben in eben dieses eingezahlt haben. Vielleicht auch nicht ihre Eltern, ihre Großeltern. Das kann auch so nicht weitergehen und wird nochmal auch nicht weiterhin funktionieren, wie man sich das vorstellt. Die Dame sagt auch eine ganz klare Ansage, nämlich hier, Zitat, Es kommt bei den Kindern nicht an, also das Geld, die Erfahrung habe ich gemacht. Wenn das Geld kommt, wird es für alles Mögliche ausgegeben, aber nicht für die Kinder. So viel Offenheit wird ebenfalls mit kräftigem Beifall belohnt. Also es gibt wohl offensichtlich einige Leute, die dem auch zustimmen und dass das so nicht funktionieren kann. Denn wir wissen doch alle darum. Nehmen wir hier zum Beispiel Rucksäcke. Ich habe da bereits letztens darüber einen Bericht gemacht, weil ich von Bekannten weiß, die haben für eingeschulte Kinder einen Rucksack gekauft. Die liegen einfach mal bei 269 Euro. 289 Euro geht sogar noch mehr. Da ist ein leerer Rucksack, also können das gerne angucken. Da ist dann hier so ein Set bei. Hier so ein paar Stifte sind in einem Mäppchen dabei, Schlampermäppchen leer. Dann hier so ein Turnbeutel, ein paar Sticker, was weiß ich, irgendwie so Badges, die da dran kommen. Und hier so ein Ordner. Das ist alles. Dann hat das Kind noch keinen einzigen Farbkasten, Pinsel, was haben die noch alles gekauft. Also es waren hunderte Euro, die gekauft wurden. Und das sagt auch hier der SPD-Kandidat, der Heinz Hilgers, nämlich bezogen hier auf die Tornista, wie es ja genannt wird, oder Schulrucksack, Mappe, glaube ich, wird es genannt in Berlin. Es gibt ja nicht mehr Geld für arme Kinder. Und, macht Hilgers klar, und hier, in Berlin gibt es 160 Euro Schulstarterpaket. Allein, was in den Tornista kommt, kostet 200 Euro. Der Durchschnitt der Bevölkerung gibt dafür 900 Euro aus. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist halt wirklich Wahnsinn. Worauf möchte ich hinaus? Was wird passieren? Nehmen wir an, jetzt bekommt man hier eine Familie, diese 160 Euro Schulstarterpaket. Die kann sich erstmal so einen exklusiven Rucksack, muss man natürlich dazu sagen, was aber auch bestimmt rückenschonend ist, weil die speziell auf die Höhe, Größe und alles eingestellt werden können, relativ leicht sind im Verhältnis zu einem günstigeren Modell und so weiter, werden sich den trotz dessen nicht leisten können. Was werden die machen, wenn man jetzt auf der anderen Seite sagt, wie die Ricarda Lang das vorschlägt, dass mehr Geld überwiesen werden soll? Es wird nicht für so einen exklusiven Rucksack ausgegeben. Die werden hingehen und von mir aus für 50 oder auch 100 Euro einen Rucksack kaufen. Wenn die 270, 290 Euro für einen Rucksack zur Verfügung gestellt bekommen würden, Cash oder als Überweisung aufs Konto, würden die hingehen und den günstigeren kaufen. Von dem anderen Geld würde man sich irgendwie was anderes gönnen. Zigaretten, Alkohol etc. pp. Das ist kein Ammenmärchen, Leute. Ich bin fest davon überzeugt. Dementsprechend sprechen sich ja immer mehr zahlreiche Leute dafür aus, dass man diese Barzahlungen oder überhaupt diese Zahlungen in Geldform ändern sollte. Man kann dafür ja einen Gutschein nehmen. Man nimmt einen Gutschein zum Beispiel für eine Sachleistung. So sollte dieses System aufgebaut werden. Aber da haben wir nicht mit den Grünen gerechnet. Die Grüne, Ricarda Lang, sagt nämlich, und da muss man sich wirklich festhalten, es geht halt wirklich in die Vollen jetzt langsam. Der Sozialismus ist hier wirklich am Wachsen. Dann heißt es, die Parteichefin will aus den kläglichen Resten der gescheiterten grünen Idee trotzig einen Lorbeerkranz flechten. Ich bin nicht enttäuscht, widerspricht sie ihrem eigenen Gesichtsausdruck. Jetzt geht die Ampel endlich voran. Was für mich im Zentrum steht, ist ein Systemwandel. Und jetzt kommt's. Die grüne Transformation soll so auszulegen. Wir gehen weg von einer Hohlschuld, wo sich Eltern durch einen Bürokratriedschungel durchkämpfen müssen und stigmatisiert werden, hin zu einer Bringschuld, also einer Dienstleistung des Staates für Familien. Das ist ein Paradigmenwechsel. Leute, das ist nichts anderes, als dass du den Freifahrtsschein als Bürger in Deutschland bekommst, wenn du nicht mehr die Hand aufhältst, sondern du hingehst und kannst es dir einfach nehmen. Das ist so unfassbar, was hier passiert, da kannst du es dir einfach nicht mehr ausdenken. Das ist grüner Sozialismus in der Reinform. Von dem Herrn Hilgers wurde die Frau Lang auch noch mehrfach vorgeführt. Einmal zum Beispiel hier darum, dass es hieß, ja, jetzt wird ja auch hier nochmal Regelsatz erhöht um 40 Euro für die Kinder und so weiter. Doch, hm, nee, das stimmt nicht so ganz. Von einer Erhöhung des Kindergelds hat keine arme Familie etwas, sagt er nämlich. Denn das wird komplett mit dem Bürgergeld verrechnet. Das bringt keinen einzigen Cent, heißt es hier. Und das ist absolut richtig, wenn wir uns das nämlich hier bei bürgergeld.org angucken. Kindergeld gilt beim Bürgergeld als Einkommen des Kindes. Ach, surprise, surprise. Und dann entsteht natürlich logischerweise eine Verrechnung dessen. Also wir sehen, dass fachlich und inhaltlich wirklich, ich sag mal, die eine oder andere Lücke bei der Frau Lang vorhanden ist, dass man mit diesen ewigen Floskeln, die da rausgehauen würden, nicht weit kommt. Das ist schlichtweg Schwachsinn. Und nochmal, es müssen die Leute hier wirklich massiv und richtig unterstützt werden, die nicht in der Lage dazu sind, erwerbstätig zu sein. Nein, diejenigen, die jung und im Saft stehen, wie man so schön sagt, die erwerbsfähig sind, die müssen auch arbeiten gehen. Wenn aber keine Motivation für diese eben besteht, weil das Bürgergeld im Verhältnis zu dem Gehalt, was man erzielen könnte, dann mit Abzug noch von Spritkosten, Kleider, vielleicht muss man noch dies oder jenes für die Arbeit sich besorgen, dann passt das hinten und vorne einfach nicht zusammen. Dann sind wir kein Leistungsstaat mehr, dann sind wir ein Sozialstaat. Und ihr seht ja, dass diese grüne Transformation, von der die Frau Lang so am Schwärmen und am Träumen ist, genau das Ziel ist und das wird dies nur unterstützen. Es ist wirklich unsäglich, was hier passiert. Aber jetzt schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.